Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe hier bei Kirmes Fabian im Jahr 2017. Im Hintergrund seht ihr nun die schönen Wasserspiele, die hier natürlich auch Bestandteil des Schloss Borbeck sind. Hinten im Schlosspark gibt es den historischen Jahrmarkt hier zum 34. Schlossparkfest und ich befinde mich hier gerade auf der Schlossstraße direkt hier gegenüber vom Schlosspark, wo sozusagen die Partymeile und die moderne Teil der Kirmes stattfindet. Hier sind moderne Kinderfahrgeschäfte und Reihengeschäfte vertreten, sowie aber auch zwei Bühnen, wo es täglich Bühnenprogramm gibt mit Livemusik. Dort könnt ihr euch auch gerne über die Facebookseite informieren. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.